Die Erfahrungen, die ich mitnehme von der Contra sind auf jeden Fall, also erstmal der Content von den Speakern, aber auch die Motivation, die übermittelt wird. Da waren einige Speaker dabei, das hat mir besonders gut gefallen, dass sie einen so mitgerissen haben durch die Art, wie sie gesprochen haben. Also das hat einen wirklich berührt und es ist angekommen und ich denke, das lässt sich dann auch leichter umsetzen, wenn die Speaker einen berühren.